Zu den wohl erstaunlichsten Phänomenen der Wirtschaft gehört die Tatsache, dass selbst im 21. Jahrhundert eine klare Definition von Zielen noch immer mit zu den größten Problemen gehört. Und deshalb zahlreiche Projekte scheitern. Ein geringes Budget sowie mangelnde Ressourcen sind ärgerlich, jedoch kaum zu ändern, eine unklare Zieldefinition ist unentschuldbar. Die SMART-Methode unterstützt dabei, Ziele zu formulieren und somit Projekte zum Erfolg zu verhelfen. SMART – spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch, terminiert Bei der SMART-Methode handelt es sich um ein Mittel zur eindeutigen Klärung von Zielen im Rahmen von Zielvereinbarungen. Das Akronym SMART steht für Specific, Measurable, Achievable, Reasonable, Time-Bound, was sich am einfachsten mit Festlegen von SMART-Zielen übersetzen lässt. Der Ursprung der SMART-Methode liegt in der Zielsetzungstheorie von Dr. Edwin Locke und Dr. Gary Leatherm. Das Ausmaß, in dem diese Prinzipien innerhalb des Ziels berücksichtigt werden, steht demnach in direktem Zusammenhang mit der Erreichung dieses Ziels. Hast du erst einmal klare Ziele definiert, ist es notwendig, eine Struktur in die Durchführung deines Projektes zu bringen. Um den Erfolg eines Projektes zu gewährleisten, solltest du daher auf jeden Fall einen Projektplan erstellen. S für spezifisch In der SMART-Methode steht das S für specific, also spezifisch. Es bedeutet, dass Ziele eindeutig definiert sein müssen. Das heißt, die Aussagen dürfen nicht vage und verschachtelt sein, sondern müssen so präzise wie möglich ausgedrückt werden. Der Einsatz der SMART-Methode führt in der Regel dazu, dass für ein Problem mehrere spezifische Ziele gesetzt werden, anstatt ein einzelnes, übergreifendes. M für messbar Measurable, also messbar Betont die Notwendigkeit der Implementierung konkreter Kriterien zur Messung des Fortschritts auf dem Weg zum Ziel. Ist ein Ziel nicht messbar, lassen sich Entwicklungen nicht erkennen und sind als solche nicht zu überprüfen. Messbare Fortschritte helfen dabei, ein Ziel zu erreichen, Erfolge werden sichtbar. A für attraktiv A steht für attractive, attraktiv oder akzeptiert. Das bedeutet, dass die Ziele ansprechend bzw. erstrebenswert sein müssen. Es hat wenig Sinn, ein Ziel zu setzen, das nicht als erstrebenswert von den Betroffenen akzeptiert ist oder über die Fähigkeiten der betroffenen Person hinausgeht. Jedes Ziel, das innerhalb des Arbeitsumfelds gesetzt wird, sollte das Wissen, die Fähigkeiten oder die Eigenschaften der betroffenen Person in irgendeiner Weise verbessern, um sie in Bezug auf ihre Kompetenzen und Verhaltensweisen insgesamt zu fördern. R für realistisch Hinter dem R in der SMART-Methode steht reasonable, also realistisch. Attractive und reasonable sind zwar nicht austauschbar, sich jedoch sehr ähnlich. Das heißt, dass ein Ziel möglich und somit realisierbar sein muss. Realistische Ziele motivieren und treiben die Erfolge eines Unternehmens voran. T für terminiert Das T ist Stellvertreter für timebound terminiert. Damit meint die SMART-Methode, dass das Ziel mit einem fixen Datum versehen werden muss oder sollte. Ein Zeitrahmen oder ein Datum hilft dabei, Fristen einzuhalten und sich auf die Erreichung des Ziels zu konzentrieren. SMART-Methode Die W-Fragen Die SMART-Theorie besagt, dass jeder, der ein bestimmtes Ziel untersucht, feststellen wird, dass es sich in der Regel in separate spezifischere Ziele unterteilen lässt. Deshalb ist der erste Schritt dieses Prozedere, die 5 W-Fragen zu stellen. Was soll erreicht werden? Warum soll es erreicht werden? Also die spezifischen Gründe für das Erreichen des Ziels. Wer ist beteiligt? Wo soll dieses Ziel erreicht werden? Also an welchem Ort? Welche Herausforderungen und Einschränkungen gibt es? In den meisten Fällen sind nur einige der W-Fragen relevant. Dennoch lohnt es sich, alle Fragen durchzugehen, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird. Ein gutes SMART-Methode-Beispiel ist in diesem Zusammenhang das Ziel Verbesserung der Bearbeitung von Kundenanfragen für technischen Support. Damit würden die W-Fragen der SMART-Methode folgenden Ansatz bedeuten. Was? Was bedeutet in diesem Zusammenhang verbessern? Steht es für schneller, genauer oder eine andere Maßnahme? Warum? Worin liegt der Sinn dieser Verbesserung und welchen Nutzen bringt die Veränderung dem Unternehmen? Wer? Wer muss welche Maßnahmen ergreifen und wer wird davon profitieren? Wo? Wo werden die Maßnahmen durchgeführt? Welche? Welche Teile des Prozesses Bearbeitung von Kundenanfragen sind betroffen? Fazit Klare Ziele sind äußerst nützliche Werkzeuge, die bei der Motivation von Personen unterstützen und informieren. In Team- oder Projektumgebungen sind SMART-Ziele unerlässlich. Die Klarheit des Ziels sowie die definierten Maßnahmen und die Relevanz für das Projekt stellen sicher, dass alle Mitglieder genau wissen, was von ihnen verlangt wird und bis wann. Fristen zwingen dazu, mit einem gewissen Maß an Dringlichkeit zu arbeiten. Auferlegte zeitliche Beschränkungen motivieren dazu, die Anforderungen zeitnah umzusetzen. Grundsätzlich müssen Ziele erreichbar und gleichzeitig nicht zu einfach sein. Ein Ziel, das andere Ziele unterstützt oder mit ihnen in Einklang steht, wird als relevantes Ziel angesehen. Die Zielerreichung lässt sich daran erkennen, dass alle fünf geforderten SMART-Ziele erfüllt sind. Hat dir das Video gefallen, dann lass uns ein Like da. Abonniere unseren Kanal, um noch mehr solcher Videos zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.